Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Most importantly our mental health Everybody in these days are suffering from some mental issues So these days, our religious bodies, political persons, students, all of you being coming here, I feel very happy because this represents that we are now understanding the significance of this day And the seriousness of this issue So Also, the past months have brought many challenges for us from the pandemic Especially for healthcare workers who are providing help Also for the, the persons already suffering mental health conditions are experiencing even greater social isolation than before Pandemic They are not able to save a final good life Staff go in an effort to save their business or indeed shut down completely Given the past experience of emergencies, it is expected that mental health programs at the national, international and especially at our district level which has already suppressed world mental health day proposed by world health organization is Mental health for all greater than the theme is drug abuse rate Now, before taking much of your time, first of all, I would like to invite the students from Munche Habibu Munche Habibu Munche Habibu Munche Habibu The more you use, the less you leave The more you use, the less you leave Drug can affect the might of human beings in a serious field Drug can Not in drug Today, I live tomorrow Drug can be 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 Drug is 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 Kahneman, Honorable Executive Councilor Ali Chandan sahab, Humare aad ki is program ke Mehmane, Debekaar, Jenaab, Kasir Chaudhari sahab, Dr. Van Nagar Hussein, Chief Medical Officer, District Officers, Respected daughters, children, Aap sab bako bhi jahnate hain ki, Dess Aqtubar, Aalimi korper, World Mental Health Deethe Korper, Menaya jata hain. Maneh doh hatar bies mein, Patore Nobel Officer Mental Health, Acha sambala tha, Shuru shuru mein logu ko, Is vivaan ki aadha kera jake, Peshe ko baas ni nye dhasa shuru dhaya, Un ko hum ni yaa se dhuayang tehnye nye shudu dhati. Lohun meh daadhi meh itna hao bhiya, Phanty vayana taa, Wut eun depression in mehri, Us meh kaan ki, Us meh akun ko sata sata sada rupay dhaya taa, Or eek, Platt biz kek murgi bhi dhati. aber ich habe mir gesagt, dass ich nicht mehr Geld für uns haben. So, nachdem wir das Konsulant haben, und wir haben uns die Konferenz mit dem Konferenz in den Bericht. Dann haben wir uns auch die Regulierung, die wir haben. Ich habe auch die Psychologen und die Konsulant haben. Wir haben einen Ort, die Leute aus der Bericht zu haben, die die Menschen aus der Bericht zu haben, dass sie die Konferenz mit einem Konferenz zu haben. Aber wir haben zwei Fragen, die Leute zu kommen. Wir haben auch die Leute zu kommen. Vielen Dank. Jetzt haben wir einige Machen von Drug Abuse-Cases, in denen die Alkohol-Dependent-Sindrom von 37 Kases sind, die in den letzten Jahren haben. Diese Machen von 37 Kases sind jetzt. Aber in ein paar Machen, als die Lockdown-Systeme starten, als die Covid-Cases haben, dann haben wir die Machen von Drug Abuse-Cases. Sie haben die Machen von Drug Abuse-Cases und die Machen. Wir müssen dass sich die Machen von Drug Abuse-Cases auf die Machen von Drug Abuse-Cases beherentwickelt haben. Dass wir die Machen von Drug Abuse-Cases haben, Ich sage Ihnen, dass die Kinder sehr viele Kinder haben, die 12 bis 25 Jahre alt wurden. Wenn sie die Trucke nicht mehr haben, dann haben sie die Psychiatry Symptome entwickelt. Wenn wir die Trucke Abuse haben, dann haben wir die Schallis. Die Kinder sind 62. Die Alkohol Intake haben wir hier. Ich habe schon gesagt, dass wir so viele Jahre im Rahmen sind. Ich habe schon gesehen, dass wir so viele Jahre im Rahmen von der Verkaufung haben. Wir haben eine neue Verkaufung, die wir in der Verkaufung haben, die die Verkaufung der Verkaufung der Verkaufung haben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.